metal leute und ein herzliches willkommen hier bei mir auf meinem kleinen news von gestern kanal mit veralteten news ich bin's rocksau der rasende reporter quasi aber ein bisschen langsam bitte doppel metal reiner hat ja offensichtlich einen tik tok live stream bann bekommen sein tik tok kanal ist immer noch da aber stream kann er wohl nicht er hat gestern auf kick gestreamt ich blende euch da kurz mal ein bild zu ein angucken brauchen wir uns den quatsch nicht ja ich denke ein bild sagt mehr als tausend worte in diesem fall wenn ich meinen lieben freund genzo zitieren darf er sieht ja wirklich so aus als wenn er wirklich wenn man nicht so ganz genau hinguckt ne leute macht man so kneift man ja auch ein bisschen zu und guckt man nur so von der seite rauf dann könnte der zöppi hier oben ich habe die ganze zeit darauf gewartet damit ich es endlich mal erwähnen kann der zöppi hier oben sein kopf sein und der kopf der kopf an sich könnte sein körper sein so vom größenverhältnis her und vom ich sag mal vom vom volumen her ne und dann ist sein kopf aber wieder auf nochmal so ein körper er ist quasi die madroschka puppe von sich selbst er verstopft sich selbst sozusagen guckt euch das an ja gut wir wollen aber hier nicht body ich wollte noch mal ganz kurz erwähnt haben weil seitdem genzlos gesagt hat und fällt mir halt immer wieder auf wenn ihr hier oben so zopfert naja wollte ich darauf hinaus ach so ja er ist offensichtlich gebannt haben und jetzt ist natürlich die frage warum es gibt da mehrere gerüchte einmal wegen der musik was ich nicht glaube weil er hätte dann schon lange gewann haben werden müssen weil die musik spielte ja schon irgendwie von anfang an irgendwie ab vielleicht ist es auch die zeit der unterbrechung dass sie einfach immer weniger wird in seinen streams zwischen der musik aber das glaube ich irgendwie nicht ich glaube eher dass es daran liegt an diesen inhalten die er da quasi hinter der auch der hinter der paywall veröffentlicht wo es wirklich dann um dieses ganze kippo thema ging das kann ich mir ganz gut vorstellen dann seine anspielung letzt mal in diesem stream auch in dem er dann gebannt wurde weil gesagt hat ja hier und so das kann ich mir vorstellen ich glaube da hat tik tok keinen bock drauf ich glaube gerade wenn es um kinder geht und wenn es um sexualität geht hat da tik tok überhaupt keinen bock drauf das ist so meine größe vermutung nichtsdestotrotz ich glaube jetzt für liebe tik tok hater da draußen ich glaube jetzt ist der zeitpunkt gekommen wenn sein kanal sowieso gerade unter beobachtung steht er konnte ja auch seine serie nicht weiter hochlanden das kommt ja auch noch dazu das thema hatten wir an dem tag ja auch vielleicht war da schon irgendwas drin was tik tok nicht gepasst hat weil er hat ja auch angekündigt von wegen da kommt noch mal richtig heftiges ding so vielleicht ist es auch aufgrund dessen das mag natürlich auch sein nichtsdestotrotz ist es aber so dass liebe tik tok heder die tik tok aktiv nutzen ich brauche mir jetzt nicht mit meinem account mit den den ich nie benutze da irgendwie was rum melden ich glaube es ist ein guter zeitpunkt diesen quasi geschwächten kanal der sowieso gerade unter beobachtung steht und geprüft wird den mal zu melden für irgendwelche inhalte die es da vielleicht irgendwo drauf gibt guck da alles mal durch und was zu melden ist sollte man vielleicht jetzt melden ja das ist das ist meine kleine news von gestern gewesen die eigentlich gar keine wirkliche news ist sondern einfach nur so ein bisschen theorien talk ansonsten gibt es nicht viel zu sagen von meiner seite aus außer dass ich mich natürlich bedanke ich bedanke mich wie besessen bei baffumi der zum zweiten mal saufkumpel bei mir geworden ist anonymos grüße an den besten ficki ficki bürgermeister australibu dankeschön meine mutter würde sagen du bist eine coole socke dankeschön grüße gehen raus an deine mutti und kurs in den norden kurs geht zurück wo immer du auch wohnst und rheinland hätte der rheinland hätte hat also das war eben 3 33 und der rheinland hätte hat 6 66 auch in meinen trinkgeld linke getippt metal rock sau habt ihr paar bahnen nagelschmaß so ein ding ist das nämlich so ein ding ist das machte ich weiter stark gegen mobbing metal off das tue ich das tue ich das ist ja hier auch ein antimobbing kanal das darf man nicht vergessen ansonsten in meinen kommentaren hat es einmal ein super sens gegeben von la paloma mal mir von fünf euro viel viel lieben dank und von el gordito der hat mir nämlich 20.000 kubanische dollar ich glaube kubanische dollar sind das in meine in meine kommentare gepippelt vielen vielen lieben dank ganz viel liebe gehen noch nicht alle raus ansonsten war es das gewesen mit meinem kleinen gelaber hier ich habe mich so daran gewöhnt dass ich hier morgens irgendwie quatsch aufnehme das ist recht seltsam für mich ist wenn ich hier nichts aufnehmen dementsprechend wollte ich euch wenigstens ein bisschen zugequatscht haben vielleicht hat es ja in der zeit geschafft eine banane zu essen oder so einen lauwarmen kaffee noch schnell auszutrinken ich wünsche euch einen wunderschönen freitag freitag ist ja für die meisten von uns der letzte tag der an dem es zur arbeit muss also den wir zur arbeit müssen grüße gehen raus an das beste volk der welt das arbeitende volk und ansonsten sehen wir uns beim nächsten was auch immer ich treibe auf diesem kanal nimmt alle eure tabletten schnallt euch an macht euch ein schönes wochenende ich hoffe bei euch ist das wetter besser diese datum wird der urzeit machen es ist 8 38 am freitag den 12 1 24 moment ich gucke mal hier nach dem wind und so aktuell haben wir eine 2 also recht windstill minus 2 grad bis minus 6 grad heute soll die sonne scheinen und der wind kommt aus westen westwind ja so ist das nun meine kasse ist morgen hast ja manchmal manchmal ist auch kalt wenn ich aus dem fenster gucken ist ja schon hell ich meine das muss man ja auch mal fisch reden dass es vor ein paar wochen um die uhrzeit wo ich das jetzt hier aufnehme einfach noch dunkel war jetzt ist es schon ein bisschen heller und es ist aber sehr neblig draußen bei uns hier strahlig versinkt im nebel milchig ich habe das gefühl ich habe milchglas hier auf meinem balkon na gut ich wünsche euch was lasst knacken hakuna matata und meddl auf meine freunde habt ihr gedacht kommt noch was ne bekommt nix gute nacht ne hier guten tag